Moin moin und herzlich willkommen zurück. Ja nach dieser kleinen, ja, Zwangspause muss man ja beinahe schon sagen. Letzten Tage ging ja leider einfach nicht aufzunehmen, da es hier so scheiße warm drin war, ja, muss man ja echt mal so sagen. Immer über 30 Grad am Tag, es war unaushaltbar, ja, da ist auch mein Hirn ausgefallen, nicht nur das vom PC. Ja, da hat der PC nämlich einfach gestreckt, der sagte, nee, leck mich, ich will nicht mehr, wird mir zu heiß hier. Und insofern ist mir das Ganze dann immer auch abgeschmiert beim Spielen. Insofern, das ging leider einfach nicht. Finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, weil ich hab mir extra letztes Jahr einen neuen Kühler dafür besorgt mal. Und dass es damit jetzt, ja, dem einfach ein bisschen warm wird, finde ich, ja, ein bisschen traurig eigentlich. Jetzt geht's dann langsam wieder, ich hab jetzt vorm offenen Gehäuse einen Ventilator stehen, ja, wenn wir hier die Profikühle am Werk. Aber egal, es läuft so, ich hab das gerade nochmal ausprobiert. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt weitermachen können endlich. Und ich dachte so, es ist ausgleich zu den letzten Tagen, es sind ja auch immer noch Ferien, das heißt, im Moment hab ich noch viel Zeit. Man weiß ja auch immer nicht so genau, wie das nach den Ferien ist, wenn die Schule wieder losgeht und so weiter und so fort. Alles einmal nervig. Auf jeden Fall, jetzt hab ich noch viel Zeit und ich dachte, dass wir deswegen nochmal eine Runde Happy Battlefield Tank machen, ja, richtig gehört. Und wo fängt man bei Happy Battlefield Tank, bei Happy Battlefield Tank an, so. Natürlich Happy mit Happy Reels. So, und da sind wir auch schon hier. Und, ähm, ja, natürlich alles schön hier sortiert hier nach Rating. Einen ganzen Kram von dieser Woche natürlich, wollen wir. Da haben wir ja noch nicht so viel von. Um es zu sagen, ich glaub gar nichts. Haben wir diese Woche schon? Nee, haben wir nicht. Ähm, ja, und... Ich wollte noch was sagen, ja. Ich hab grad nochmal geguckt. Erstmal ganz, ganz, ganz großen, äh, großen Dank an euch, ja, vor ihr Sprachstörungen. Bei dem Wetter immer noch. Und zwar, ich hab ja gesehen, obwohl die letzten Tage ja nix online gekommen ist, sind die, ja, Klicks deutlich weiter gestiegen. Und ich hab jetzt tatsächlich gesehen, über 1000 Klicks von meinen Videos, ja. Äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, es war eigentlich nicht viel, aber trotzdem, für mich, ich mach das einfach nur so so ein bisschen aus Spaß hier. Und, ähm, ich hab halt nie gedacht, dass das irgendwie tatsächlich überhaupt, ähm, auf, ja, Gegenliebe bei euch stößt. Und deswegen, äh, es ist ein ganz, ganz komisches, äh, ja, irgendwie, kann man sagen, stolz, glücklich. Auf jeden Fall, ich hab's irgendwie ziemlich umgehauen. Tatsächlich ist es über 1000 Aufrufe inzwischen schon, wie wir sind. Und, ähm, ja, momentan noch einen neuen Abonnenten, was ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so schlecht finde bis jetzt. Und ich freu mich darüber einfach, dass, ja, der ganze Aufwand, den ich hier treibe, mir ja auch Spaß bringt, das Ganze zu produzieren und so weiter. Aber es halt auch, ja, ankommt bei euch. Und dass euch mein Video ist auch gefallen. Da hab ich auch wieder tolle Kommentare dazu gelesen. Und, bevor wir jetzt hier noch länger reden, wollen wir auch anfangen. Was haben wir denn hier so? Rain. Demo. Demo. Das hört sich aber schon wieder lau an. Aber wir schauen trotzdem mal rein. Gut. Uh! Ah, lol! Okay, ich dachte, es ist das erste Teil, er schlägt mich, aber es zeigt mir anscheinend, wo ich stehen muss, damit ich nicht von diesem Zeug, diesen, äh, Schwertern, das erst war, das da runterkam, getroffen wurde. Stufe 2. Oh. Oh. Ja! Ha, 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 ha! Ah, ah. Alter. Da ist schon das Ziel. Erst mal Lautenschläge runterdrehen. Und mir, gerade auch bei dieser scheiß, äh, ja, Musik, die dir kommt, wenn das Spiel lädt, die Ohren weggeblasen, eben auch schon wieder her. Voll schlimm. Laut dieses Game-App-Nurs, aber, finde ich nicht schlecht, die Idee, ja. Eigentlich ganz cool, das Level. Wenn man da nochmal ein bisschen mehr von machen würde, das war jetzt nur zwei, wäre jetzt ganz nice. So, scheiß Telefon. So, da bin ich wieder, da wurde ich doch tatsächlich schon wieder gestört. Gibt's gar nicht. Voll schlimm. So, don't move, wollen wir aber nicht. Glassbrick 2. Das können wir doch nochmal wieder machen. Nehmen wir uns hier, äh, Vater und Sohn. Und dann geht's ab. Werden wir da sagen? Ja, ja. Die Dinger da halt so kaputt haben. Bad, ja, ja. Das ist auch bad. Bäm. Kann alles nichts. Autsch. Boah, das ist die Eier gegangen, Alter. Hohohoho. Oh, schmerzhaft. Na, egal. Ein echter Mann hält das aus. Okay, jetzt ist ja kein echter Mann mehr, aber egal. Ja, ich würde mal sagen, wie diese ganzen Glass-Break-Level, einfach viel zu einfach. Du fährst da ganz gut schön durch, machst einen nach dem anderen kaputt. Das war's. Du, wir haben einen Shake. Okay. Ein bisschen verspätet, aber egal. What the shit? Oh, Leute. Da ist der Ball. Ah, bleib hier. Oh, yeah. Oh, yeah. The Ball Glitch? Keine Ahnung. Immer nicht so doll, dass der will. Aber, wir werfen nochmal ein bisschen mit Schwertern, während ich fast mein Glas umkippe. Ah, einen kleinen Schluck hier trinken, so viel wie ich wieder rede. Nein, jetzt hab ich's weggestoßen. Ja, nimm's doch. Okay. Erstmal Fall aus dem Bild. Epic Fail. Und dann werfen. Nein, ich bin ja so blöde. Oh mein Gott, wie das schon wieder aussieht. Nein. Gut festhalten. Ah. Wir haben zwar als erstes die Wassermelone. Wassermelone. Quatsch. Ananas. Ananas. Die Ananas getroffen. Aber, er ist auch mit gestorben. Deswegen versuche ich das jetzt nochmal richtig zu lösen. Aber, wir haben ja schon mal gewonnen, nicht? Also, für alle, die meckern wollen. Offiziell haben wir schon gewonnen. Guck mal, jetzt geht's ihm doch auch noch gut dabei. Das hat auch was. Das gefällt mir, so kann ich zufrieden aus dem Läppel gehen. So. Diesmal sind wir aber nicht zufrieden zu ihm. Denn wir sollen ihn finishen. Alter. Wie ein geiles Hintergrundsnopfe. Boah. Voll brutal hier. Bam. Na. Blöds. Schauen wir nochmal hier, was der andere kann. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Wieso kommt der Ball nicht wieder? Am Arsch. Boah. Jetzt hab ich das schon hier da reingeworfen. Boah. Du musst ja auch schon hier immer so lange davor warten. Geht doch. Okay. Genug. Genug von dem Level. this way schon mehr so ein hässliches ideenlevel wohl wusste ich schon vorher dass das eigentlich nichts sein kann na egal eine nachricht harry nix und ne das sonnen hier ich muss das lesen level scheiße hier wieder noch mal ein bisschen action hier ja es gibt die box so was ist doch geil aber das ist schwierig weil die so groß ist kann ich mich da hinten nicht abstürzen nein nicht sterbe ich das ist ja mal richtig schwierig die box ist einfach so groß dass man nichts hat wo man sich gegen stützen kann um mal das scheiß glas zu zerdeppern das gibt es nicht da kann nicht wahr sein das ist ein scheiß escape ja 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 scheiß drauf wir haben glas splitter im gesicht aber das hält sich drauf davon ab das level zu machen ja also rope swing haben wir geil rope swing ist immer gut aber ich hätte nicht diesen charakter nehmen sollen da braucht man was anderes wo wir einfach hinten weg springen können zum beispiel ist er das ich glaube das ist er ja den brauche ich genau so hui hui oh ich dachte schon jetzt fallen wir zu weit aber alles gut oh nein oh ok ich hätte noch früher loslassen sollen ey egal mal kommt mir ja eigentlich ganz gut durch scheiße was hätte ich nicht sagen dürfen na das war zu früh das war zu früh am arsch am arsch so wollen wir mal sehen oh was nein wieso denn mein arm boah nicht gut boah solange die scheiß kanonen lädt kann man zwischendurch noch wieder was trinken ja ja scheiß drauf wir brauchen keinen arm ja wir schaffen das auch so weil wir einfach nur epic sind survive ja wie was soll ich denn survive'n mach so hier so eine bescheuerte halt die festkrams hier wir schauen der gefahr mutig ins gesicht und überleben ach so stimmt da oben war ja das ziel nicht der hätte ich wäre ja in der ersten runde ja einen schon mal loslassen können nicht oh ne an den eiern vom penner festhalten ob das so eine geile idee ist ok geil sowieso nicht aber ob das überleben lässt zweifle ich auch sehr stark scheiße ok aber das ist meine neue geile idee ich sag mal so challenge exempted schauen wir mal ob wir davon bekommen muss also noch früher loslassen als eben wie soll man denn da rankommen ans ziel holy shit nö das ist scheiße schaff ich hier nicht ich möchte sagen dass wir ewigkeiten dauern das erfordert ja auch irgendwie überhaupt keinen skill oh mein gott wie sind sie ihn von hinten was für bullshit ja aber das andere level da eben das erfordert ja auch überhaupt keinen skill du musst einfach so lange rumprobieren bis du den perfekten moment gefunden hast das ist mir jetzt zu lame oh geil Eiszeit alter da haben wir erstmal so einen geilen Eisspüter im keine Ahnung was stecken what the shit ach du scheiße oh schnell hier durch Alter geh weg blödes Eismonster was soll das sein ein Eiskäfer oder was oh mein gott noch mehr von denen aber die können nix können ja echt mal überhaupt nichts hui oh push it ein Eishinkelstein ne so wie aus Asterix und Oberleks Alter wie geil ist das denn ich darf einen Hinkelstein werfen wo sind die Römer ok gibt keinen Römer oh oh gefährlich aber wir haben es überlebt alter da war es noch ein Rieseneis Käfer geh hoch na 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 nein nein wir werden es nicht mehr schaffen nein wieso denn ok einmal mache ich das jetzt noch aber voll geil wie hier ausgedacht mal wieder gefällt mir Alter wow das sah aber fies aus wie so ein Mann da weggeflogen ist auf jeden Fall ist ein Gedärme komm geh weg du blöder Käfer ihr auch ihr könnt nix das haben wir eben schon festgestellt oh oh gleich müssen wir den geilen äh den geilen Eishinkelstein pushen bam diesmal mit einem Stoß ey nein wieso denn scheiße da kommt nicht viel raus wir haben uns immer mit dem Hinkelstein fertig gemacht Alter fahr doch mal durch diese blöde Eisschicht da durch ey wieso nun wär ich nicht dick Alter wie diese Dinger mir auf den Sack gehen ja doch meine Fresse noch ein jaja hier Mini Hinkelsteine und Mini Monster hier du kannst nix weg mit dir die konnten leider auch nichts oh scheiße mein Name push it springen wir ja wie geil rüber oh ja diesmal machen wir das diesmal machen wir das neiiiin wieso denn ok das betrachte ich trotzdem jetzt als geschafft ey am Arsch nächstes Level oh ja Ball Throw aber wieso denn in Rot und Gelb was ist denn das für ein äh Hautkrebs genau Augenkrebsfarbe ja ja toll alter ich hab R gedrückt Wut nein ja du bist du bist äh Tod 1 und Tod 2 dann ist auch noch das gleiche was einen tötet wie schlecht ey was ist denn das für eine scheiße was ist denn das für eine scheiße sehr witzig Fragezeichen 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 win win eins am anderen hier nicht vorschnell what so krass alter was zum enker war das denn mal bitteschön die gewinnen wir auch noch die gewinnen wir auch noch wappen krasser Bullshit wappen wappen absoluter Bullshit ja oh 5 neue Charakter alter nix 5 stars ey hier hier 4,2 ein immer noch viel zu viel sollten die alle einfach nur ein ja oder einen halben wenn das geht boah so free fall alter oh die ja wir haben ihn im Kopf abgerissen wuuu oh mein Gott was ist das bitteschön der Penner hat einen Spitz in den Eiern stecken so jetzt auch im Kopf und du willst mich angreifen scheiße und ich kühle mich selbst ey aah ich kühle mich weil ich nix kann oh puh man was mach ich denn hier ich werfte immer dagegen ok ok jetzt halt die Beine weg geil Ding mit so dich jetzt auch diese scheiße da oben ey das kann nicht wahr sein wieso killt mich denn der scheiß Griff von der Machete wo bin ich denn hier schon wieder ok ich bin Happy Wheels irgendwie kein Wunder dass mich der Griff killt ja der scheiß Griff nein ah sehr schön ja nu es hab ich alle gekillt von da wie soll man den denn da links killen Bullshit Bullshit mach mal noch einen Error run mach mal noch einen Error run what the fuck was ist denn das alles für Bullshit heute oh ja oh ja das Bayern ist selber weg hier stirb alter scheiß Windows du verpiss dich mit deiner Einrast Funktion du verpiss dich mit deiner Einrast Funktion mach mal einen Abgang ey mit deiner fetten weihnachtsmann Eier ich muss noch den scheiß Elf hinter dir treffen ich würde mal sagen der hat es weggeschnitzelt und dann reicht es auch erstmal für Happy Wheels ja jetzt geht es raus aus Battlefield ja moin und herzlich willkommen auf dem Schlachtfeld und ähm ja inzwischen ich hatte davor auch schon noch mal ein bisschen gespielt haben wir die die hier ne 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 nein das war die hier die ich suchte und ja erstmal spiele ich ohne offene Visierung ähm warte ich hatte hier aber was anderes eingestellt und das will ich auch haben so jetzt können wir mal beitreten alter Bullshit nein ich hocke da in der Ecke und kill dich gleich ok da wollte ich den eben wieder beleben und alter war weiter ist aber Schluss hier erstmal mal schnell nachladen und weiter und und da war auch einer nein da war auch wirklich einer scheiße voll geil, die retten voll viel hier in diesem match nein, boah, ich sah sie kommen, ey wie schlecht ich doch gerade bin ich weiß gar nicht oh, wie ich hier schon wieder nur die Schottis höre, ey NEIN oh, wie sie immer von hinten kommen schon wieder ist der PC Freak 03, ey WTF GRANADA GRANADA oh mein Gott, ey was denn das für ne Scheiß Reflex heute morgen dazu muss ich mal sagen, ich hab heute noch nix gegessen, ja gleich als erstes mal ein PC und aufnehmen ich glaube, das hätte ich doch machen sollen mach dir voll die Drecksreflexe, ey oh ich sitz da und snipe, weil ich sonst nix hinbekommen würde, ey boah, ich snipe hasse, ey achso, lol wieso zeigt der mir auch nicht den Namen gleich an, ey dass das einer von uns ist alter Verwalter das kann doch wohl nicht wahr sein wie sie immer von irgendwo kommen, ey wo man sie nicht sieht what the shit erst mal nachladen so aber nicht mit mir nein, aber so scheiße hey, der hat da auch ein LP hinter seinen Namen vielleicht nimmt der auf wär mal witzig wie ist der Dekor LP oder so wo neiiiinn naaa schon wieder von hinten schon wieder dieser komische PC freak 03, ey ich drieg gleich durch alter verwalter ihr wisst ja nur weggefickt von hinten das gibt's doch gar nicht erst mal kurz in die sets gucken wie sie immer zu der weiß field ankommen das kann doch nicht wahr sein so eine scheiße 3 8 die schlechte alter ich lade nach mann hat Maximale Verwirrung. Gott. Deswegen mag Spiele wie W.O.T. Da läufst du nicht wie so ein aufgedrehtes Eichhörnchen rum. Das lief doch schon besser. Wieso legst du ihm schon wieder nach? Ich bin auch schon wieder so unaufmerksam. Gott, ich hätte erst was essen sollen. Ich fuhr kein Versorgen fürs Gehirn, Alter. So eine Scheiße. Da kommst du schon wieder von hinten. So eine Scheiße. Wieso kommen die immer schon wieder von hinten? Alter. Regt mich das gerade auf. Ich glaube, heute ist kein Battlefield-Tag. Ich seh die einfach nicht, Alter. Ich seh die einfach nicht. Immer erst, wenn es zu spät ist. Das kann nicht wahr sein. So. Lass nach. Scheiße! Ich hab hier mehr genug Kugeln im Magazin. Immer mit meinem Parkhills, ey, so ne Scheiße, wie kacke das einfach mal läuft. Es laden nach, ey. Hier ist dein Medikit, Mann. Mal so'n Scheiß-Medikit werfen. Granada! Scheiße, ich wollte die Messer an! Ich hab's erledigt! Mach's mich durch! Und schon wieder weggefickt, ey. Wo bin ich? Hier bin ich. Komm, wir laufen jetzt gleich mal wieder unten einfach ins Getümmel. Das ist sowas von tödlich. Lass mal hier unten nochmal lang. Vielleicht kriegen wir Soja mehr hin. Hier ist dein Medikit. Erstmal nachladen. Kurz wieder heilen. Halbzeit, Jungs! Und die Stecke der Scheiße! Holen wir sie uns! Wir werden festgenagelt! Nein, 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 nein! Da kommt er wieder von hinten! Ah! Aber wir holen wieder auf! Oh, ein Glück, ey. Da oben rein zu rennen ist einfach nur tödlich. Wir müssen uns mal wieder weiter hier unten aufhalten. Scheiße! Diese Punkte, die ihr hier haben! 6.000! Scheiß die Wand an! Nicht die Leiter, du bullshittiger Noob! Was für eine Schwucht, ey! Ich lieg' mit denen und kämpfe! Weil ich nix kann, ey! Weil ich so scheiße bin, ey! Kannst dir gar nicht vorstellen! Mann! Okay, der ist ja nicht mehr. Der hat uns auch gesehen. Na, kommt nicht! Wie spät er mir erstmal einfach nur den Namen anzieht? Oh, ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! So ne Scheiße! Ich schnee ich down, ey! Oh, Mann! Erstmal Rücken knacksen! Ich sitze schon hier voll verkrampft, Alter! Oh, nicht lecken! Alle, nur das bitte jetzt nicht! Wieso nimmst du denn hier das? Das ist doch scheiße! Alter, ich drück viel! Dann... Ich bin... ...wenn ich mich über sowas aufregen könnte, ey! What the shit! Nein! Wieso? Dann muss ich... Ich konnte überhaupt wirklich lenken im Fallschirm, ey! Was denn das für ne Scheiße? Wow! Wieso lagst du denn denn? Mann. Am Arsch. Ja, scheiße, genau das. Boah. Wie recht er doch manchmal hat, ey. What the shit? Lass mich hier raus. Komm da hoch. Mann, 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 Mann. Hier ist das Medi-Kill. Scheiße, ey. Wie die auch alle mit ihren hässlichen Schotty immer rumrennen. Glaub ich jedenfalls, dass das gerade eine Schotty war, ey. Also keine Schnitte auf die Entfernung. Aber ich nehme bestimmt keinen Schotty. What the... Alter, da kommen sie... Aufregen! Mann, Mann, Mann. Wie du einfach nicht mehr zielen kannst, wenn du auf die Fresse will kommst. Oh, aber wir sind nur auf 5 da. Was the fuck? Oh, macht mich nicht nervös, Leute. Scheiße, der ist gemerkt. Oh, Mann. Wir haben ja auch überhaupt nichts geschissen, ey. Oh, Gott, ich bin aber... Oh, ich bin aber mal so richtig, richtig schlecht. 28 Mal gestorben, das gibt's gar nicht. So eine Scheißrunde. Ja, ach, komm. Schade, ja. War einfach nicht mein Gefecht. Was ein Pech. Nächstes Mal geht's vielleicht wieder besser. Hoffe ich doch. So ein bisschen kriegen wir aber noch hier. Ja, 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 ist ja gut. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nein, nein. Schwachsinn! Ich erzähle Bullshit. Bis gleich natürlich, ja. Dann steigen wir in den geilen Tank um. Da hält wenigstens wir mal ein bisschen mehr aus hier. Bis gleich. So, da sind wir. Ja, und jetzt, äh, nachdem wir gerade ja mal ziemlich wirklich auf die Fresse bekommen haben. Ziemlich schade eigentlich. Nehmen wir mal ein Fahrzeug, das ein wenig mehr aushält. Und so, jetzt werde ich mal kurz suchen. Da hab ich sie, die Werkzeugkiste. Raus damit. Und, wenn schon, denkt schon, würde ich sagen, ja. Holen wir mal ein ganz Decken raus hier. Na gut, ganz dick noch nicht. Aber, bis zum ganz Decken brauchen wir auch gar nicht mehr mehr so viel hier. 75K brauche ich noch. Dann hab ich ein IS-7, ja. Hammergeil. Dann geben wir richtig auf die Fresse. Aber bis dahin, gehe ich mich auch gerne mit dem IS-8 zufrieden. Denn der ist ja mit dieser Gun hier, oh, dieses Sonnfettsteil einfach nur. Schon sowas von geil, ähm, nicht nur. Und deswegen geben wir jetzt mal so richtig auf die Fresse, ja. Jetzt wird ausgeteilt. So, gefällt mir das auch. Schön Stufe 9er-Gefecht. Schön oben stehen wir. Auch noch vier Stufe 9er. Das heißt, wir kommen eigentlich auch überall gut durch. Da kann man doch wohl mal wieder arbeiten hier, ey. Mann, Mann, Mann. Die Leute, Typ 950, wir spotten. Kann der scheiß, äh, AMX-Typ hier machen, ey. Hehehe. Komischer Franzosen-Panzer, ey. Los geht's! Atakowitsch. Voraus. Den geben wir. Wickel, wackel, wackel. Ja, das ist heutzutage beim Leopard 2 auch ein wenig anders alles. Voll stabilisierte Waffenausrichtung hier. So wie sieht man einfach einmal an? So, der hält der das da schon aufs Fenster hier. Undenkbar damals. Aber, so entwickelt sich die Technik halt weiter. Hab ich auch schon immer mal wieder gedacht. Ja, welchen Scheiß-Rotten. Gib mal ein Scheiß-Leo 2, ey. Gib's auf die Fresse. Klar, ich mein, so witzig, irgendwie so auf dem Test-Server. Irgendwie so zum Trollen. Irgendwie so ein Special zu machen. Dass man, äh, den Leuten Leopard 2 gibt, ja. Die aktuellen Panzer. Das fände ich auch mal ganz witzig. So auf dem Test-Server sozusagen. So ein Special mit den aktuellen Panzern. Der Kriegsführung. Ja, und dann mal richtig fett battle damit. Aber gut, das wäre wahrscheinlich deutlich zu viel Aufwand. Und extra da für die ganzen Panzer zu, ähm, ja, erstellen im Profil. Im Spiel. Nur damit man mal auch Spaß rumfahren kann. Und ins richtige Spiel will ich die garantiert nicht drin haben. Denn dann wäre es OP. Denn da kann man nur auch die Dinger fahren. Oder man könnte eine eigene Kategorie machen. Mit denen. So. Oh, Alter, ist das schon wieder laut hier runterdrehen. Das ist mir der nächste Schuss, das Trommelfell. Typ 59 will ja förmlich auf... Scheiße, ich bin ja auch nubig, ey. Will förmlich auf die Fresse haben. Denkt mal, wie der Pferd. Gibt es Arti? Ne, gibt es nicht. Brav. Wacken-Noob. Wacken-Krasser-Noob. So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen zurück hier. Denn ich will ja nicht auf die Fresse bekommen. Sollte der echt nochmal gucken. Los, knallt ihm doch eine. Ich kann das von hier unten nicht. Ja, das kommt ja wahrscheinlich noch nicht weit genug vor. Hoho. Wacken-Noob. Wacken-Krasser-Noob. Einfach nur, der zeigt sich tatsächlich nochmal. Tja, das Match ist schnell für den gelaufen. Und wir haben ihn schon zwei reingejagt. Und damit schon fast 1k Damage. Ja, so gefällt mir das. Problem ist, wir sehen die Gegner einfach nicht. Naja. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Alles ist gut. Oh, E570. Oh. Ja, wir sehen uns 330 Damage, ey. So cool ist die Kanone doch auch nicht. Ja. Fällt schlecht, wie er in dem Moment den Turm gedreht hat. Jo, I'm in die Luke. Ah, ich liebe es. 1,6k Damage. Ihr Noobs, ihr könnt nichts. Oh, wie schön entspannt das doch ist im Gegensatz zu Scheiß-Battlefield, ey. Ganz gemütlich und Suche hier. Nicht so aufgedreht. Tut da regelrecht der Arm nach Battlefield weh. Ganz herumgefuchte. Okay. Vorsichtig sein. Nicht zu leichtsinnig werden. Leichtsinnigation kann man bei Battlefield machen. Da kann man rejoin. Hier soll ich vorsichtig sein. Mit meinem Einleben, das ich hab. Schmeckt mir ja nicht, dass hier jedes Achterhänden steht. Das ist reichlich uncool. Aber wenn er das da ist, ist das natürlich gut. Das hat der DS8, glaub ich, auf mich geschossen. Nicht nett, ja? Überhaupt nicht nett. Mag ich nicht. Woher die DS8 ist denn da? Was steht denn da noch? Ja? Was steht da hinten noch? Los, will ich wissen. Weil wir Vorfahren nur auf die Fresse kriegen. Ich will das nicht. Die auch nicht. Schade. Okay, 75. Jetzt. Geht's. Leider nicht auf die Fresse. So eine Scheiße. Okay. Was haben die da vor? Was habt ihr vor? Alter, ich bin heute nicht branded. Ich wollte schon gerade mein Mikro nehmen und raus trinken, ja? Oh my god. Ein bisschen Glück hat er tatsächlich getroffen. Ah, so. Aus dem Glas trinken ist irgendwie besser als aus dem Mikro. So, soll ich da jetzt wieder nochmal zurückfahren und den PTA wegknallen? Ich weiß nicht. Irgendwann echt uncool, was der PTA da gerade tatsächlich hinbekommt. Komm, machen wir uns nochmal auf zum PTA. Da geht ja nicht, was der da veranstaltet. Kommt's mir, mein kleiner Leo. Denn du bist ein Noob. Ein ganz großer Noob. Was? Nein! Boah, da zerschießt sich die scheiße Mauer vor mir. Was nen Kack. Ah, vielleicht können wir auf den Löwe jetzt schon hier schreiten, gleich. Also so wie er E75 hier auch gerade fährt, so etwa, nicht? Einfach hier mal luschern, ja? Was hier noch geiles rumfährt? Und ein bisschen Iraktion machen hier so. Iraktion. Oh, Immo-Rack sogar, ah! So hab ich das doch gerne. Damit hat er nicht gerechnet. Jetzt komm ich nicht mehr an die ran. Los, Panther! Finish him! Ach, schade. Oh, da fliegt sie zu tief. Oh, wie schade. Egal. Da ist er wieder. Ich kette dich nur am Arsch. Oh, Leute. Das kommt mir tatsächlich noch auf die Fresse. Egal. Der Nächste. Macht ihn weg! So, komm. Jetzt helfen wir an E75 dann nochmal. Was heißt helfen? Ich stele den letzten Kill. Ho, ho. Okay. Oder auch nicht. Egal. Haben wir ein geiles Gefecht, ey. So gefällt mir das schon eher. Nicht so wie... Battlefield! Ja, schick. Damit komme ich doch eindeutig klar. Dritter vom Team. Alter, wie hat der einen reingehauen. Scheiß, die waren dann. Zwei Kills. 2,8k Damage. Damit bin ich aber auch erstmal ganz, ganz zufrieden. Da muss keine 6k sein. Und ich denke, deswegen kommen wir jetzt auch mal zum nächsten Panzer übergehen. Den wir fahren, denke ich, natürlich noch ein. Und... Denke, wir schnappen uns dann aber nochmal den VK. Der kriegt dann schon mal seine Werkzeugkiste. Und jetzt weiß ich gerade nicht, wo habe ich denn den Rest. Da habe ich den Rest. Und der wird erst mal ausgebaut. Los rein damit. Denn ein Tarnnetz und ein Scherenfernrohr ist natürlich hilfreich. Und die Werkzeugkiste so oder so. So, haben wir noch ein Matchhorns über. Das ist aber voll... Schön, Stufe 6. Das gefällt mir. Das hat auch wieder was. Können wir auch wieder was reißen. Aber wir kommen ja echt in schönen Gefechte heute. Das gefällt mir. Was als Ausgleich für Battlefield, ja. Tick, tack, tick, tack. Fahren wir nochmal lang. Ich denke, wir fahren da links. Ja, wir fahren links. Ich denke, es ist das Beste. Schon mal Gas geben. Noch einen Schluck trinken. Ich werde dir vorher auf die Fresse gehen, ey. Ihre scheiß Papierpanzerung. Ich bin heute voll gut gelaunt. Aber das Wetter ist auch wieder schick. Und nicht zu schick. Irgendwie so 24 Grad, 25 Grad grad draußen. Das geht noch voll klar eigentlich. Und trotzdem natürlich schick. Sondern, ähm... So ist in Ordnung. Die letzten Tage ist einfach nur nervig. Irgendwie über 30 und so. Und halt vor allem auch hier drin. Unaushaltbar. So lasst uns schauen, was hier kommt. Ist aber bis jetzt reichlich wenig. Sind wir mal ein bisschen irre und rushen hier noch ein wenig vor. Für einen riskanten Blick. Lass mich hier weg. Brav. Schade, der sitzt nicht zurück. Ich dachte, der kommt erst hier vor. Wir werden reindrücken können. Na gut, man kann wenigstens uns auch nichts drücken, ja. Ich glaube, hier oben ist reichlich wenig los. Also wenn ich sehe, was da auf... Ähm, wo ist das? F6 oder so, dann, ihr wisst, da unten abgeht. Hm. Uncool. Ich komm ja nicht an dem vorbei. Puh, ich komm doch nicht wieder zurück. Ah, Bullshit. Ja, komm. Weiterfahren. Nicht stehen bleiben. AM3. Ja, ja, ja. SU5. Alles wird gut. Alles wird gut. Ob sie hier wo auf uns schießen kann? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, nein. Denn wenn ja, wer ist, was tun? Nein. Da reicht's zu langsam. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Sehr schön. Kette beschädigt. Ah, wie geil. Ich hab ihn da runter. So, hab ich mir das vorgestellt. Dafür hat es sich gelohnt, voll einzustecken, ja? Hammer, geil. Geil, so hab ich mir das vorgestellt. Wie geil. Er hat mir runtergestoßen. Dadurch ist er gestorben. Sorry, Kollege. Aber, ich hab ein bisschen wenig Lehm, als dass ich da jetzt so krass reinfahren will. Aber, deswegen brauchst du trotzdem nicht so krass nicht mehr wackeln. Cool. AFK, ja? Oh, das sagst du voll nochmal Damage machen hier. Am Arsch. Oh, das war schon wieder ein richtig geiles Gefecht hier. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Oh, ich will aber auch nicht von der Hellcat. Alter, ich hab Schiss. Ich hab so richtig Schiss gerade. Scheiße, ihr Geld. Verpiss dich. Hallo, senk die mir ab. Dann kann ich auf sie bannern. Ah, genau so einfach. So Churchill, die Cap. Los, und wir müssen cappen. Wir müssen das nicht noch verlieren, ja? Bitte nicht. Scheiße! Kommt schon. Mann. Wieso? Hm. Wieso sind überhaupt noch so viele Gegner über, ey? Was haben die denn da unten gemacht, ey? Überhaupt nichts hinbekommen. So eine Scheiße, ey. Boah. Churchill wird es auch hart gefickt, ey. Oh, der ist unfähig. Okay. Mann, die sind ja alle One-Hit für den, ey. Mann. So ärgerlich. Äußerst schade. Aber was soll man machen? Ist halt so. Na ja, wir haben ja trotzdem ganz gut was und willkommen. Ja. Huh. Wir stehen ganz oben schon hier. Und insofern würde ich sagen, war es das an dieser Stelle erstmal. Ja, viel Spaß beim Gucken und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wie heißt, in die Panzer oder auf Schlachtfeld oder ein bisschen Happy Reels Fun, ja? Und ich bin weg. Tschüss.